Wir sind bei 35 Prozent. Hell yeah. Und das war Shinjuku. LeBan. Good morning. What a refreshing morning. How are you doing? I didn't expect the Phantom Thieves would suppress a man that even the police had trouble with. The fact they have so much support online is worrisome. I'm in a bind since I previously denounced them. All the interviews these days ask me about that. Still, can we really say the Phantom Thieves are on the side of justice with just this example? What do you mean? Hey. Yes, I think. But we are the good ones. I don't want to make you late. I don't want to make you late. I don't want to make you late? Hi. Sayonara. Detective Boy. Detektiv Conan. Shit. Schon wieder keins ist Platz. Ich hab Bücher zu lesen. Ich liebe es, dass er die Tasche quer hält, damit Morgana so raus gucken kann. Ich liebe das. How tragic. The Phantom Thieves. Ja. Ich stell mir deine Frage, die ich nicht beantworten werde, sondern einfach alle fragen werde. Den Rest ignorieren werde, weil bei den Tests ich cheaten werde. Oh, ich bin so schlau. Bester Schüler. Hell yeah. War mir schon Feuer 3? Stufe 3? Ich hab nicht das Gefühl, wir waren schon Feuer Stufe 3. Keine Ahnung. Hell yeah. Hey, hey, hey. Tsk. 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 Oh. Wir müssen lernen. Wir testen einen Tag später. Mittwoch! Ja, okay. Cool. Gehen wir lernen! Kann ich zweimal lernen? Wenn ich in der Bücherei lernen gehe, kann ich dann auch nochmal im Café lernen? Oder ist das Doppel-Lernen und ist das nicht erlaubt? Weg! So schade, dass ich sie schubsen kann. Wir müssen unbedingt mal zusammen Yakuza Zero spielen. Erstens ist es ein super witziges Spiel und zweitens kann man Leute schubsen. Love it. Wir müssen lernen! Wir müssen lernen! Wir haben Kanzler und Hi! Hi! Wir kommen zum Stream! Ich kann Leute schubsen, Helga. Ich liebe es. Rede nicht mit mir, Kata! Ich muss lernen. Nervt mich nicht. Die anderen nerven mich auch nicht. Ich bin super, was lernen angeht. Und wir brauchen mehr Guts! Ich will nämlich endlich meine Lehrerin als Maid zu mir nach Hause einladen. Auch ein Satz, wo ich niemals gedacht hätte, dass ich jemals sagen würde. Aber ja, ist grad passiert. Ich sag's euch, mit dem Spiel zusammen sage ich sehr viele Dinge, wo ich niemals gedacht hätte, dass ich jemals sagen würde. Ich sehe, du hast deine Freunde hier für ein Studi-Season, hm? Wie du das? Hier sind die Kameras überall. Hier sind die Kameras überall. Hey! Hey! What are you going to do about Kawakami? Did you decide not to call her after all? Kamakami? Ist das meine Lehrerin? Rufen wir sie an? Kann ich sie anrufen? Thinking of calling in a maid? Well, if you use this, you won't leave proof in your call history. This is all for the good of the Phantom Thieves ride. H-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! But I have to learn. HELL YEAH! Hi! Hi, this is Beccy! Oh, wait. This is you. Oh, wait. It's you. Ahem. Well... It will be 5000 yen with the request fee included, you know. Is that OK with you? 50 Mücken?! Yeah, sure. Of course. Komm zu mir, babe. Putz für mich. Ich weiß nicht genau, was sie für mich machen wird, aber... Wenn's was schlimm ist, das mache ich jetzt kurz weg. Ich weiß noch nicht, was sie tun wird. Okay, I head over right away then. Okay, cool. By the way, ich hab nicht nur ein Tanktop an, ne? Ich hab ein Pulli an. Allerdings ist er auf Shoulders. Nicht, dass ihr denkt, ich bin geklappt und sitz hier nur im Tanktop rum. Was soll das heißen? What kind of kid are you? Ich bin ein ganz normaler junger Mann. Ich hab ne Maid zu mir nach Hause bestellt, die, ganz zufälligerweise, meine Lehrerin ist. Meine Klassenlehrerin. ... I was really lonely. I don't have any friends! Was ist denn das? Huck mit Leib mit mir! Ok, then how about this? Jaaa, Sensei! What? Ist das blau machen? Ich hab gedacht, wir haben das schon längst geklärt. Anscheinend nicht. I promise. Thanks. I promise. Was ist der Unterschied? Ich sag bei beiden einfach ja. Wahrscheinlich bei Thanks bin ich höflich und bei I promise bin ich herzlich? Ich hab keine Ahnung. Thanks. Ich hab'n Deal gemacht mit meiner Klassenlehrerin, die Flussgöttin heißt. Sure. Ich hab' blau gemacht. Mit Erlaubnis. Darf ich jetzt aussuchen, ob ich in die Schule geh' oder nicht? Gott wär' das geil! Where is I? Wo hab' ich nicht geantwortet? Wo hast du mir geschrieben? Mir geht's gut. Wie geht's hier? Was für Aktivitäten darf ich da machen? Auf Instagram antworte ich nicht. Auf Instagram antworte ich niemanden. Auf Instagram schreiben mir zu viele Leute. Und auf Twitter hast du mir nicht geschrieben. Lügner. Also wirklich! Behaupte sowas nicht! Alright. Kawaka, we will now allow you to slack off in her class. Was genau heißt das? Glaub ich einfach rausgehen darf? Über deinem Schreibtisch Sachen bauen oder lernen. Ohhhh, cool! Dann muss ich meine Zeit damit nicht zuhause verschwenden, hä? Yeah! Überhaupt nicht auffällig, dass ich da mitten in der Klasse sitze und anfange Lockpicks zu bauen. Überhaupt nicht auffällig. Überhaupt gar nicht. Hey, wozu brauchst du die? Keine Ahnung. Hobby von mir. Ist einfach nur ein Hobby von mir. Das ist wie eine Szene in Resident Evil, wo die Schnecke da sitzt und Kleingeld in ihre Waffen füllt. Oh, ist einfach nur ein Hobby von mir. Ist einfach nur ein Hobby von mir. Oh, geil. Wo willst du denn hin? Nein, hallo? Das war alles. Was? Why? Für mich zu putzen würde dich beruhigen. Aber du kannst nur einen Lockpick machen und nicht mehrere. Einer reicht schon. Die Polizei ist schon auf unseren Fersen, weil sie sich denken, oh, die Schüler der Schule. Irgendwas stimmt da nicht. Ich habe einen Detektiv an meinem Arsch kleben. Und dann sitze ich in der Schule und mache einen Lockpick. Das ist schon ein Mh. Detektiv Conn würde mich sowas von aufführen lassen. Aber sowas von. Oh, Schnecki, du bist nicht zu alt. Gott, wie alt bist du? Du bist wahrscheinlich in meinem Alter. Könntest du bitte sowas nicht sagen? Gott, das stimmt wirklich in meinem Alter. What the fuck? Okay. Würde es mich weiterhin 5000 Yen kosten? Weißt du, 50 Mäuse sind echt schwer zu bekommen jeden Tag. Wenn ich dich jeden Tag von anrufe. Und du kannst deine Lehre daten? Steht Akira auf Ältere? Möchte ich, dass Akira auf Ältere steht? Irgendwie möchte ich, dass Akira auf Ältere steht. Einfach nur, damit ich die Chance haben kann, weißt du. Bruder, beide fischig. Ich bin locker zehn Jahre alt, also ja. Locker. Oh, so interessant, was ihr da sagt. Das bockt mich nicht. Ich verstehe überhaupt nicht, warum Akira dazuhört. Deswegen laufe ich 24 Stunden mit Kopfhörern rum. Yep. Tatsache. Außer wenn ich bei der Arbeit bin. Wenn ich es dürfte, würde ich es da auch tun. Oh, mei. Hey, ich war das. Akira Kurusu. Das bin ich. Wer war das jetzt? Ishi. Gott, ich bin so schlau, klasse. Seid ihr beeindruckt von mir? Ich bin so wundervoll. Guckt ihn euch an. Guckt euch die Leute an. Sie lieben mich. Sie lieben mich abgöttisch. Das ist unglaublich. Ich weiß, ich bin super. Hell yeah. Ich bin so schlau. Morgen sind die Exams und ich habe das Gefühl, er ist nicht schlau genug. Ich will auf Platz 1 sein. Hey. Interessiert ist das nicht, was deine Mitmenschen erzählen. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, ja. Aber... Wenn ich einfach nur unterwegs bin, eher nicht, nein. Mich geht nichts an, ob die und die über irgendwen irgendwas gesagt hat. Das bockt mich nicht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Exams are close. Können wir mit ihr zusammen lernen? Ich will aber meinen Social Link nicht mit ihr aufbauen. Ist schon in Ordnung. Was ist los, mein Boy? Ich kann Ramen essen gehen mit meinem Favourite Boy. Ich kann Ramen essen gehen mit meinem Favourite Boy. Ogi-Bu-Kubo. Ogi-Kubo. Hi. Alright. Ramen! Welches Kampf denn dein Level hast du mit Ryuji? Ich hab keine Ahnung. Wir müssen gucken. Müssen wir gucken, müssen wir gucken, müssen wir gucken. Die Frage ist, ob du dieses Insta-Keller haben willst. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich bin mir noch nicht sicher. Ah. I love the feeling of noodles sliding down my throat. Es ist so hart. Dieses Spiel nicht doppeldeutig zu sehen. Es ist so hart. Es ist so hart. Sweat dripping over my face. Das shit's the best, man. Ramen is life. Hell yeah. Ramen is love. Ramen is life. Light soup. Like this really gets your body going again. After a good run, you know. We used to come all the time out here. After practice and... I guess that's all in the past. Das hast du nicht mehr ambushen, wenn du XP sammeln willst. Okay, gotcha. Ich kann ihn eh nicht zu meinem Lover machen. Also komplett werde ich ihn eh nicht aufleveln. Ich hätte so gern gehabt, dass Akira und Ryuji ein Ding sind. Wirklich, wirklich gern. Wirklich gern. Von der ersten Minute an. Das klingt so eifersüchtig. Das klingt so eifersüchtig. Warum machst du dir Gedanken über ihn? Hallo? Mach dir Gedanken über mich? What the fuck? Wir müssen. Yeah, kinda. Warum kann man diesen Club nicht einfach wieder erschaffen? Ganz ehrlich. Ich bin sicher, das war irgendwann letztes Jahr oder sowas in der Richtung. Und ich bin zu 100% sicher, er hat einfach... Er hat Scheiße gebaut, ja. Aber ganz ehrlich, die anderen Clubmitglieder haben damit nichts zu tun. Kamushida ist aus dem Weg geräumt. Also warum bilden die nicht einfach wieder einen Club und nennen es die Läufer der Nation und geben die den Antrag ab bei dem Lehrer und der bewilligt es? Dann haben die einfach auch wieder eine Läufergruppe in der Schule. Wo ist denn das riesen Problem bei der Sache? Oh, das ist sicher. Oh, das ist sicher. Das ist gut, dass sie ihre Hände nicht so alt sind. Oh, das ist sicher. Ending up like me. But you're doing great! And I love you. You know what? You're right. Yeah, you love me too. I guess now that I'm thinking about it, trying to fit in is a real pain in the ass. Hell yeah! I mean, I never have met you guys if I wasn't an outcast, right? So, it's all good. For real though, it's been a shit ton of fun. Hanging out with you guys is so freaking cool. I feel like my bond with Yuji is growing deeper. I think that's true, yeah. Punk talk! Hell yeah! Congratulations! We're at rank 4. Was that the Insta Kill with rank 9 or something like that? Hi Ho! Welcome to the stream. I just hope there is something I can do to help those drag guys. Do you still want to... Yuuu... Yuuu... I know, I have the wrong written. Okay. Between Akira and Ryuji. Yes. I want that. Yeah. Though I probably mess him up if I try to butt in. Oh yeah. We still gotta find a new spot for our training. Hmm. I will think about it. No slacking off till then. Mkay? I love you. Later, dude. Later, my love. It's already pretty late. Guess I should head home. Bye, sweetie. Hell yeah! Ryuji talk! Why can the bot do this not allow me? Hehehe. Studying with you really helps me focus, Akira. Though I'm having tons of trouble with these questions. How are things going for you? I'm doing okay. Better than usual. I think I'm doing okay. Thanks. You can really only depend on yourself, you. That's okay. That's the best way to learn. Come on, make me level 4. I just want to be a place 1 in the school. Where's the problem? Pff. Uh. I gotta do this. How lame would it be if a phantom thief got held back in grade? I guess I will try super hard. Cause you are here, Akira. I make better people out of him. We have done something for each other. Something for each other. Now smooch. Okay. Let's do the rest. Bye. Wanna head back? I'm pooped. Let's head out. Yay. Wir haben getan, was wir tun konnten. Es ist Mittwoch, der 13., das ist Finalstag. Mehr kann man nicht machen. Which of these phrases has its origins in the So-GP's? Well, let me think about that. Well, wait, um, google.de. Persona, firm, exams. I'm thinking, maybe it's checkbait. I'm not sure now. Give me a second. Just a small little smooch. Wait. Was haben wir für ein Datum? Ah, final exams. Here. Ah, ja, ja, genau, es war das hier, das ist mir wieder eingefallen. Gut, dass es mir wieder eingefallen ist. He was definitely a hottie. And also he was a gentleman thief. And he was here, hell yeah. And he was boiled alive. Holy shit. Yep. I'm so awesome. Give it up. Thank you. Eww. 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 Das ist auch super einfach. Es ist, it's not related to crabs. Yeah baby. Und dann hätten wir natürlich Television. Bescheidchen. Weil, yeah, das ist meine Antwort. Ich hab' so gut aufgepasst in der Schule. Alter Schwere. Guck' das an. God. So good. Natürlich wusste ich das. Was eine Frage. Ich bin die Schlauze der ganzen Schule. Wer, Kinder, facken wir das jetzt ab. Ärger. Oh fuck you, wir sind schon wieder die erste. Was heißt Decent Score? Was heißt nicht Platz 1? Kira, weißt du, ich gebe mir echt die allerbeste Mühe, dass du Platz 1 wirst. Achsems are finally over. I'm so exhausted. I can get back to actually sleeping in peace. Huh. You must have been studying pretty hard if it kept you up all night. Nah. I was just playing video games. Slacking off is just too much fun, you know. I know, right? I kept cleaning my room instead of studying. It might even be too clean now. You two are perfect examples of what X can be. And I can only imagine what the end result would be. Wait. Whatever. It's over now. Who cares about that anymore. What's really important is the Phantom Thieves' popularity. Ain't that amazing? It kinda feels like our time is finally here. True. I have even heard people excitedly speculating about the next target. We will have to choose carefully. Yeah. There's no need to hurry. We should spend some time thinking about it. Yeah. Yeah. I still don't understand why Yuska is a Russian accent. Maybe his father was like that? We don't know about his father. Nothing. Hmm. Let's think about it again. I guess we're good meeting up in Shibuya, yeah? Let's say 5pm. You sure are on top of these kind of things. But you don't study, idiot. Now for the weather. Next up is the weather. It seems we will continue to have localized, torrential, rainstorms all through next week. If you're heading outside, be prepared for sudden changes in the weather. Oh, I have to take my rainstorms with me. I'm always tired of that he doesn't have this dirty rainstorms all through next week. The forecast have been terrible lately. I mean they didn't say anything about rain today. I'm now away, bye-bye. Bye. Hallo Master! Oh hello my girl! Hello my girl! Hell yeah. Hell yeah! Bitte! Kommt zu mir! Wegen dem muss ich bald Geld sammeln gehen. Egal. Ich lebe euch. What else should I be? Untertitelung des ZDF, 2020